und damit herzlich willkommen zurück zu let's play world war sie folgen die erste folge new york part 2 gibt pro folge vier parts so wie wir das jetzt herausgefunden haben ja lass uns jetzt einfach mal überraschen ne ich konnte das eben sehen ich konnte das eben sehen wo ich folge also erste folge new york dann ging das weiter rechts auf und dann waren da vier parts noch den ersten part haben wir gerade gespielt ist ja quasi nur der was sehr wahrscheinlich gut ist ja auch nicht schlimm solange es jetzt eigentlich weitergeht also der story nach so ein offenes spiel eigentlich nein ein privates spiel ja siehste geht weiter das ist cool dass es fast da ist das mit marco und chris zu ja gut marco kann ja pc chris müsste dann über xbox spiel so und da sind wir wieder ne hey so dieselben waffen haben wir jetzt wieder hier kann es hier bekannst du bestimmt waffen aussuchen oder stimmt hier vorne oder natürlich nicht finde den zugführer hier unten ich finde das kontrollsystem für die tür damit wir weiterfahren können ja das wäre sehr hilfreich weil ich glaube die zombie horn rennen uns hinterher warum schweigt hier eine waffe und ein funkerett wo ja vor mir ist das nicht ne hier steht ne waffe und ein funkerett ich sehe nicht also ob nur ich den bug ok ok leise leise schaltet den leise aus warte ich wollte auch vor die explosionsding schießen nein mann ich hab gesagt schalte leise aus ich hab kein nimm die waffe mal bitte welche waffe die pistole ach so alles in den kopf alles in den kopf alles in den kopf guck mal die war gerade am kotzen hast du die die war am kotzen ja warte 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 lassen wir erstmal hier lucky lucky machen wieso habe ich eine pistole auf einmal mit schalldämpfer das weiß ich nicht kann man den abschrauben ich weiß es nicht keine ahnung keine ahnung auf jeden fall würde unten eine waffe mit schalldämpfer anziehen sehr respekt ja dann hast du einen drauf nein habe ich nicht ich habe eine brechen charge wenn ich spreche aufhören kannst du damit ihnen eine verschlossene türe ähm räumen in den duftan die wertvolle gegenstände enthalten ok kommst du mit stevie ich komme ich tue uuuu 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 warte 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 boah ich glaube hier kommen gleich wieder so viele ey hm vermutlich auch ich überlege ob ich die schrotze da hinten mitnehmen soll aber die waffe ist ah warte mal komm mal her komm mal her hier unten kann ich die sprennladung anbringen hier da kann ich die sprennladung anbringen aber da sind wertvolle gegenstände angeblich sind da wertvolle gegenstände drin komm mal mit die sprennladung anbringen ich habe die sprennladung gerade ansetzen ich hatte eben aufgenommen oh jetzt wird es laut vorsicht angeblich sind da mal tolle gegenstände drin außer ein verbandskasten ist hier aber nix drin auf jeden fall kommen wir jetzt hier sind wir nur zum nix ja doch hier ist eine komische kiste gewesen ja die habe ich schon leer gemacht was war da alles drin ein mg ah schön sorry uuuu uuuu help me help me help me help me help me help me merci beaucoup ah da interagieren interagierst du einmal wir müssen drei schälter finden ja ja aber wo sind die denn einer ist oben schalter bestätigt du hast einen gefunden ja ja aufpassen bitte nicht zu stürmisch sein bitte ja 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 ich wollte nur mal hier oben gucken was da oben ist wir sind ein bisschen viele zombies ja ich komm warte ich hab nen nade bloß keinen diesen rauch fuzi da aktivieren oder sonstiges warte noch nicht aktivieren bitte noch nicht aktivieren bitte ja bitte noch nicht ich hab noch ein scharfschützengewehr gefunden ok ich hab noch eine kiste hier ist ne schrotze wo hier auf dem boden wo bist du denn hier hier auch da soll ich aktivieren Aber warum sind auf einmal 0 von 3? Wir haben doch 2 schon Ah, die sind immer nur für eine bestimmte Zeit Geil Okay, krass Aktivier Ich geh hoch Jo, 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 jo Und aktiviert So, rein und Äh, warum sind die Bots ausgesperrt? Flammenwerfer, schwer Wir haben die Bots ausgesperrt Oh, ist mir doch egal Okay Da sind sie doch wieder Die behindert Hast du das, Kimmer? Ja Oh, damn it, ey Warum? So schön Die kommen bestimmt gleich die Horden rein von da oben oder so Siehst du, ich hör sie doch schon Oh, geil Irgendeiner mit einer Bombe Ach, nö Geil Du musst hier wieder Verteidigungspositionen errichten, ne? Warte, bevor wir integrieren, lass sie erstmal aufbauen Wer sagt das denn, dass jetzt hier welche kommen? Nein, ich hab hier nur eine Kiste gefunden und muss ein MG errichten Okay Guck mal, lass uns hier erstmal umgucken Deswegen hier liegen nämlich jede Menge Zeug rum Hast du eine Sprengladung gefunden, rein zufälligerweise, dass wir hier die Tür öffnen können? Nein Scheiße, kann man das so öffnen, ohne? Natürlich nicht Hier ist aber ein, äh, Gewehr mit Sprengen Dings, Bums Bootmuck Vielleicht klappt das ja, warte Äh Betreu, ne? Automatisches Geschütz hier Und wie baue ich das auf? Ach da Du musst irgendwo wählen Baue ich das hier auf oder weiter unten? Ich baue das in der Mitte unten auf, ja? Wie du möchtest Ja, warte Du hast keine Sprengladung Hier ist ein Maschinengewehr übrigens noch Ein standhaftes Und ich stelle das automatisch geschützt genau hier hin, ja? Auditor ist bereit Abwärme Kisten Ssh, ich stehe den Geräusch runter Soll man da rüber? Ne, ne? Ne Hier kannst du übrigens Munition auffüllen Da drüben, okay Soll ich interagieren? Verband ist passend im Besitz, äh, warte Äh, ja, Buffer Ach, hinter uns Scheiße, oben Haben getötet Kommen die hinter uns hoch? Ne, ne? Beides nicht Nein Oh, Scheiße, was ist hier los? Ich wollte das ganze Maschinenschießen, oder? Ich stehe mit dem Maschinengewehr hier Mit dem großen MG Wow, what the fuck, Alter Guck mal, wer Die Falle einfach so runter Eliminieren Wir müssen da hinten irgendwas eliminieren Ich weiß noch nicht was Oder heißt das nur die Gegner? Vielleicht die Gegner Oh, die kommen mal hier jetzt gerade, äh Bei mir hoch? Ja, okay Wie die Gedärme Oh, hinter dir, hinter dir Wie die Gedärme wegfliegen, wenn du da eine Granate reinwirfst Ich habe überhaupt bisher noch keine Bezug Ich finde das ein bisschen unfair Ich gehe im Munition holen Ja, liegt doch Hier steht noch eine Splittergranatetasche Da Da Exklusiv Munition Ich habe immer Exklusiv Munition Ist das vielleicht die Spezialausstattung von dem? Das kann natürlich sein Was? Finde einen Weg zur anderen Seite des Konto Ja, wie komme ich denn? Ich... Ja, über den Zugdach Ja, geht nicht, ich komme nicht drüber Hm Aber gut, dann hier hinten runter, ne? Irgendwo, keine Ahnung Ja, aber da drüben gibt es keine Treppe Ah ne, hier oben durch, hey Durch den Lüftungsschacht Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mal sehen, ob wir durch den Zugdach Ah Liegt einfach in der Hand Ja, da wo alles grün markiert ist, ne? Würde ich sagen Oh Warum hast du keine Sprengen nun? Aufbauen? Was aufbauen? Was soll ich denn aufbauen? Hier In der... Keine Ahnung Ah, jetzt ist hinten an und jetzt ist... Vorne aus, ah, okay, gut Komm, dabei Hm Oh Ich höre schon wieder Zombies Einfach Arm weggeschossen Hm Ufff... Das lower Level ist gefüllt mit Gas Wir können die große Pippe, um herauszufinden Wollen wir hier rum? Wir müssen über das Rohr Ja, hier, warte mal Hier ist noch eine Kiste mit Waffen Wuuu Armbrust und Kampfgewerbe Ist egal Oh Oh, jetzt hast du da das Gas frei geschaltet, genau da oben drauf, ey Ich glaube, das ist ein Zombie, den du getötet hast, deswegen Ne, ich hab den nicht getötet, irgendjemand hat den getötet Ah, wenn irgendeiner der dummen Bots Äh, einer links, einer rechts, ich gehst von rechts, okay, dann geh ich links Aktiviere das Lüftdrucksystem und beseitige das Gas Es funktioniert Gas ist zerbrochen Ja, aber nur bei einem Platz Wir können ein bisschen zerbrochen War rechts nichts? Ne Wir können ein bisschen zerbrochen, um den Gas zu entfernen Munition hier Munition hier Also wir können hier rechts rein, das ist kein Problem, aber Mal gucken, was da ist, ich weiß es nicht UhrThey Wer haben gebetet Oh, h cytokolline Ja, ouais mehr Wuhuuu Wuhuuu die muni geht mal ziemlich schnell zur fachse gibt's denn hier gibt's gar nichts doch hier kannst du irgendwas öffnen konnte auch ist das der fan control hier ja du hast den feld control ne ich hab keine ahnung ja ja interagieren steht da hinten aktiviere das luftungssystem eins ich öffne mir grad nur mal irgendwelche türen eins hab ich ich hab ne panzerfaust gefunden mit ne panzerfaust ok schlüssel finden ich hab hier hinten auch was ich hab den schlüssel ja komm mal her ich hab meinen schlüssel drin jetzt du auch noch zwei von drei fehlen wir haben das zweite lüftungssystem erst aktiviert richtig das erste war oben ja jetzt müssen wir das zweite noch machen dritte noch machen ich hab keine schrotze ich dachte du hast irgendwas auf dem rücken ich mach lieber mit katana oder ich nutze einfach meine ak mit explosiven munition wie du die hälften hier einmal abreißen kannst von den zombies ja geil ne ich hab da auch nicht viel Spaß dran ach wir müssen eine etage tiefer ne ja passt jetzt ich brauche nochmal muni da oben stehts ja wir müssen bestimmt erstmal umschauen oder guck mal hier ach hier brauchst du wieder ein sprengsatz keine keys hier findet die schlüssel hier ist ein erster hilfe paket ich finde den konsolenschlüssel er ist ach ganz unten wenn ich da runterspringe was passiert da ich kann gar nicht runterspringen hier ist eine treppe ja okay dann geh mal runter und hol den konsolenschlüssel ich höre was bei mir hier ich sehe nichts was ist das hier unten gas deswegen aktivieren wir hier die dinge da ist noch eine ich sehe nichts ich muss wieder hochkommen da ist auf jeden fall noch eine zweite leiche die kannst du durchsuchen ja ok ich gehe runter aber du kannst nie hier lange unten bleiben das ist das mhm ich brauche hier liegen keine waffen ich brauche hier liegen keine waffen oder irgendwas verfolgt mich irgendwas raus was ich brauche hier da ist noch eine leiche ja ok komm hoch ich bin gleich tot glaube ich wenn das so weiter geht weil die system schwebensenergie direkt mhm okay aktivieren dann geht das gas zumindest weg dann können wir noch eine etage tiefer ja ich will dich nicht dich heilen ich will mich selber warte hinten war noch ein medikator durchnehmen und da unten ist nur eine munition ja die habe ich mich schon genommen ja er ist ja er ist Hilfe du machst du mich öffne ok sind nicht so viele jetzt noch das gas hier unten weg das gas ist weg deswegen haben wir das ding hier auf gemacht ich habe den bauplappen wegge zerrt oh wo kann denn denn her? ich wurde angespuckt ja ich wurde auch infiziert ich musste mich gerade desinfizieren ja ich auch alles cool gemacht hm ist das unfair dass du Granaten hast hier sind doch Taschen Junge ja aber jedes Mal hab ich nur Explosionsgeschoss siehst du doch da ich hab keine Granaten ich schätze mal das ist die äh Klasse die du wählst weißt du ja ok du meinst ja ich kann immer nur diese Explosivtaschen nehmen warte mal eben hier siehst du Explosiv Munition tragen ja gut Explosiv Munition ist ja gar nicht so schlecht ne ok kommt ihr? ja ich muss nur was trinken gute Idee let's go uuuuuh kommen bestimmt gleich wieder alle von oben ne ja gelangen sie im Turm zum Dach ja dann ja lang dann komm mal schnell hier hoch ach du scheiße das hört sich gut an alter du scheiße unge hammer reloading reloading oh nice ok ich schenk mir jetzt die fette Schrotze da war auch noch ne geile Laster da war auch noch ne geile Laster ok weiter 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 ich glaub die sammeln sich da unten ich war grad kurzzeitig taub ich glaube nur kurz also ich glaub ein Schalli bringt grad nix ne 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 scheiß drauf granate rein ich hab hinter dir nochmal x oh hinter uns ja dann mach du hinter uns ich mach vor uns ich ich Alter Schwede reloading reloading wow Waffe wechseln Alter das sieht geil aus wenn du runter guckst die Zombies unten aufplatschen und in mehreren Teilen ok kommen wir schnell weiter hier aber das ist doch witzig ja krass das witzig oh jetzt kommen sie von vorne auf wieder scheiße vor mir ist einfach einer auf den Boden gefallen und 50 Teile warte lass euch das nochmal angucken hier warte lass euch das nochmal angucken hier hi 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 krass oder ich glaub du lass das Video nicht hochladen lass mich Jugendfreude ach ja boah guck mal was aus dem Abfluss kommt mhm die granatenexplosion ist cool gemacht hier die granatenexplosion ist cool gemacht hier du hast ja gar nicht mehr auf Ja ich glaub wir müssen auch jetzt hier rein direkt, sonst haben wir gleich keine Ammonition mehr. Und hier? Yalla. Yalla. Klaude, das ist Andorra! Interagieren. Interagieren. Da kommt ne äh... Integrieren. Da war Mesut. Hinter uns. Okay. Ich war ja schon auf. Ich nehme was ich kann. Mal sehen was wir können. Ja, gut. Hier ist ne Panzerfaust. Wollt komm ich nicht nach. Die Panzerfaust, gib mir die Panzerfaust. Hu 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 hu. Prämär, Prämär, alles Prämär. Prämär Exklusivbeschuss. Prämär, Sekundär. Ist das auch Sekundär hier? Das ist alles Prämär was hier liegt. Ne, der Granatwerfer kommt aufm Rücken. Nice. Und Sekundär ist hier einmal ne Schrotze eigentlich. Ja, Mann. Hast du... Linksrums? Ich... Ich hab Granat... Ich hab Granatwerfer dabei wieder, ne? Ich hab ne Panzerfaust. Voll, mit der du einen Schuss hast. Sei leise mit dem Schwert. Mach's mit dem Schwert. Und ich will nicht mehr überlegen, wo die blaue Kräfte kam. Ups. Digga, das hast du mit Absicht gemacht. Nein. Müssen wir runter oder wir rein? Jo. Ja, was ist hier unten? Oh, da kommst du nicht hin. Rund doch. Ja, da kommst du nicht hin. Rund doch. Kommst nicht hin. Waren wir hier nicht schon? Oh ne. Hä, hier waren wir doch schon. Ja, ja. Ach, jetzt sind wir... Ah, yes. Da liegt auf jeden Fall ne Special Kiste, ne? Ja, wir müssen bestimmt wieder im Gäste. Hinter uns, alter! Äh, drück den Knopf noch nicht, ne? Wir bauen hier erstmal Verteidigungspositionen auf, würde ich sagen. Ich geh erstmal hier runter, damit ich ein bisschen mehr Platz hab. Hier ist ne Waffenkiste. Oh, auch schöne Waffenkarate. Hier ist ein M4. Hier ist ne Sprengladung. Ich hab ne Sprengladung zu können. Oh, pisst euch, ihr scheiß Viecher. Oh, hier ist keine Typen, die ich jetzt aufsprengen kann, ne? Warte mal, warte, stopp, 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 stopp. Hier oben ist nämlich was. Nice. Äh, ich interagier noch nicht, aber hier ist das automatische... Warte, hier ist natürlich, ich kann die aufsprengen. Hä, warte, der Defense Kit hier? Stell das wieder genau mittig hier, ne? Würde ich sagen, ne? Mach das. Oder kommen die jetzt hinter uns? War schon da, wie? Weiß ich nicht. Komm, hier, ich hab aufgesprengt, ne? Hm. Wollen wir so'n Hammer nehmen oder sowas? Äh. Ist für Notfälle. Oben war auch noch ne gelbe Kiste. Hier oben irgendwo. Hm. Nochmal ein, äh, Maschinengewehr-Verteidigung. Ja, aber ich hab ne Kiste gesehen, hier. Ist auch noch eine. Ich hab auch ein Maschinengewehr gefunden. Ah ne, das hier war zum Selberschießen, okay. Du hast da eins hingestellt. Ja, und jetzt hier eins, ja. Okay, soll ich interagieren? Warte, ich brauch erst Muni. Gab's hier welche? Ja, hier. Ich tropp noch mal hier so ne Explosivkiste. Hm. Okay, ich interagier. Ja, ist. Bist interagiert. Gott, ich gehe hier an so'n Maschinengewehr. Ja, es kommt drauf an, wo die jetzt herkommen. Ah, von gegenüber. Du hast so 200 Schuss, ernsthaft? Lass die weiter, lass die näher kommen. Hey! 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 There's a tunnel boring machine! Next to the train! Turn it on and leave some skin marks! Ha ha ha! There is a map for everybody! At last. Voll da. Boah, ernsthaft? Irgendwas ist hinter mir. Over here. We're climbing up! Tja! Get some! Did everybody... So cool! Polter, crap, wer fast einfach nur geil, yo? Ha 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 ha! Shit. They're coming. Fire in the hole. Come on, come on. Welcome home. Ich hab hier so'n Bauchlappen ausgeschossen. Hol dir die schwere Schrotflinte. Ich hab'n'n Panzerfaust. Bam, bam, bam. Oh, hier ist so'n fetter... Oh, von hinken kommen sie wieder. Drop the ball. Maschinengewehr ist wieder an. Junge, kommt auf die Hülle, Junge, guck mal. Die Zombies dringend in den Zug ein. Los, den Zug verteidige. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ich geb' dir Deckung. Boah, Junge, ey. Hinter uns. Ja, Mann, Alter. Ich hab'ne Kettensegel. Okay. Ist das dein Ernst? Ja, guck hier. Wo bist du? Ach, krasser Typ. Wie krass, dass hier sowas gibt. Geisteskrank. Ach du Scheiße, da kommen sie wieder. Bis jetzt verteidigen wir aber ganz gut. Oder? Ja. Wo, ich hab'n Kopf abgeschnitten, Junge. Hahahaha. Mit der Kettensäge, ey. Hammer, hammer hart, Alter. Was ist denn... Boah, ich hab'n Kopf. Kann ich spielen. Ja, ich hab'n Kopf. Was bin ich? Oh, der Tag der Miracke ist gekommen. Danke für die Unterstützung, meine Lieblings. Ich sehe dich später. Du kannst uns hier nicht verlassen. Sonne von einer B***h! Geh ihn raus! Oh, oh, Jesus! Honestlich, Sie Yanks haben keinen Sinn der Humor. Jetzt, schnell, wir gehen auf einen blöden Train. Boah, ich habe jetzt echt schon gedacht, der Blasen ist zu sich alleine, Alter. In so blöden Train. Sieg, Junge. Geil. Mhm. So, mach es echt, Schnau, ne? Ja, Mann. Tja, liebe Freunde, das war es schon von Mission 1, Part 2. Schaltet EI, wenn es wieder heißt, Part 3 hier auf meinem Channel. Bis dahin, bleibt bitte gesund und bis demnächst. Bei eben 750 Zombies gekült. Geil. Ich bin, wenn es wieder heißt, Schnauze ist, 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 Schnauze ist. Ich bin, wenn es wieder heißt, Schnauze ist, Schnauze ist, Schnauze ist, Schnauze ist, Schnauze ist. Vielen Dank.